Radimov, der 20-Jährige, auf dessen Künste wir gespannt sind. Das Stadion nicht ganz ausverkauft, viele Lücken, 41.000 gehen rein und es mögen 28.000 bis 30.000 sein. Die Nationalhymne. Die Nationalhymne. Die russische Hymne, daran muss man sich auch erst gewöhnen. Sie haben vielleicht noch die Hymne der UdSSR im Ohr.